so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal speedy gamer der funktionieren plane mechanik simulator oder besser gesagt eigentlich mechaniker flugzeugmechaniker simulator da muss so richtig ausspricht wir setzen die karriere fort wir schauen mal was uns als nächstes erwartet wahrscheinlich ein ganz kaputtes flugzeug habe ich es nicht gesagt kaputtes flugzeug bei der morgenkontrolle bemerkte ich dass der propeller nicht richtig läuft bitte beheben sie das problem alles klar machen schrauben 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 wir gucken erst mal ob der wapp noch mal in Ordnung ist wir gucken erst mal ob der wapp noch mal in Ordnung ist soo schrauben 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 ne ich will eins schrauben 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 So was haben wir? Ach, will ich das alles machen mit dem Trauer? Ich glaube wir müssen ja alles aus dem Anno nehmen So, das Ich bin ein bisschen schierbar und es ist so ein Ding, aber es ist so ein Ding, so es geht es nicht um. Vielen Dank. Ja, die Schräppchen da drüben noch lösen. Ich bin gerade echt überverracht, Leute. Ich kann ja eigentlich alles zu tun haben. Das ist ja schon alles gelb. Propeller! Propeller! Ich habe einen Rappen. Nein! hey Benutzt, okay? Habe ich denn sonst etwas nochmal genommen hier oder was? Kann man machen So So Wollen wir mal ein Stückchen trinken? Ja. Ne, zwei, zwei. So, bauen wir dieses Kerl und die ganzen Soße wird so zusammen. Oh, zu damit. Wir brauchen meine Leiter wieder hier in den Sack und Sack und dann stellen wir es wieder hier hin. Dann eins drücken für die Dämon-Dange. So. Dann wieder von der Leiter runterziehen. Und dann neu. Dampfstützen rein. Auf geht's. So. 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 Ja, jetzt muss ich schnell hier auf der Welt, na, ist nicht schnell ein taktisches Flugzeug eigentlich nicht, das sollte ich ein paar Minuten sein eigentlich, meine Augen, aber da wird auf geht es hier, ey, goll, los geht's, gut, ran, rauf, raus mit hier, wehen, raus, und tschüss, ein paar Minuten sind weg, Ah, ok, das geht doch nicht. Also den Drahtflexion kann man also nicht austauschen. Ok, gut. Nein, das tut... Und... Oh, zack. Ja, drehen wir mal noch meine ganzen Propeller. Ja wunderbar, er dreht sich und ich würde mal sagen, wir schließen jetzt den ganzen Auftrag ab und go! Haha, was hab ich? Okay, kann man machen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und am besten... Ja, beten einen anderen Menschen, aber nicht mich. Tschüss! 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 Tschüss!